Hey! Woah! Ah! 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 Woah! Woah! Will, du machst mein Raketenrucksack kaputt, du eiernde Eidechse! Oh nein! Gecko könnte sich schwer verletzen. Ich hätte ihm den Sprungdoser geben sollen. Kid Boy! Hilf mir! Keine Sorge, Eulett! Ich hol dich da raus! Woah! Woah! Auf! Ah! 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 Na endlich! Super Eulenflügel! Ah! 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 Ups! Ah! 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 Danke, Eulett. Der Raketenrucksack ist echt schwer zu tun. Wie! Ah! Endlich hab ich meinen Raketenrucksack. Nun kann ich die Weltherrschaft übernehmen! Ok! Soll ich mit dem Himmelverschleimer anfangen? Oder dem Machotronic? Oh stimmt! Ich wollte den Schnifopapf nehmen. Ich bin überwältigend. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich hab eine Idee. Wie656 Im Ernst Cat Boy? Du willst es nochmal mit dem Sprung-Doser versuchen? Nein, ich weiß, ich kann damit nicht so gut hüpfen wie Gekko. Also höchste Zeit, ein Held zu sein und ihn an die Reihe zu lassen. Cooles Chamäleon! Spring rauf, Catboy! Gemeinsam zieht wir stärker. Dann los! Und jetzt suche ich den perfekten Kamin, um alles voll zu stinken. Hey, Romeo! Eine Katze und eine Eidechse auf meinem Sprung-Doser. Das kann ja heiter werden. Ach ja? Schau dir Gekko an! Wow! Was? Auf einmal habt ihr es drauf? Das ist meiner! Es funktioniert! Wo seid ihr? Jetzt bin ich dran! Gebt ihn zurück! Tja, also dann? Dann hol ihn dir zurück! Jetzt, Catboy! Hey, lass mich los! Hör auf, du Flagegeist! Jetzt, Eulett! Wow! Gut gemacht, Pyjama-Helden! Und tolle Sprung-Technik! Gekko, das war Katzenstark! Das ist nicht fair! Ich will nicht zu Fuß gehen, wenn ich die Welt regiere! Tja, vielleicht solltest du hüpfen. Sei vorsichtig, es ist schwer, wenn man nicht so beweglich ist wie eine Eidechse. Lasst mich in Frieden, Pyjama-Helden! Das ist mein Sprung-Doser! Und ich springe mit ihm, wie ich will! Oh, oh, oh! Abonniere unseren Kanal für mehr Videos und schau all deine Lieblingsserien auf Disney Junior.